Und das Ding ist, ich kann hier nicht mit einer Sniper spielen. Das funktioniert einfach nicht. Wie lange das braucht zum Rhein-Scoop. Oh, baby! Mängst, das macht die Sniper One-Shot. Get rekt, bro! Oh! Geil. Got him. Got him. Oh, baby! Macht Bock, sagt euch, wie sie es macht. Macht Bock. Musst du ein bisschen reinkommen, aber macht Bock. Oh, heady. Get rekt, bro. Oh, baby! It's going crazy. Schade, aber hat mir übelst Bock gemacht, Freunde. Hat mir übelst Bock gemacht. Also nicht schade, sondern schade, dass zu wenig Kills waren, aber hat sich gebockt. Fürs erste Mal gesniper. Also, ich denke, ich schneide direkt eins hinterher. Was? Der war... Der hat gesessen. Oh, ist das, Alter? Okay. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das wegkriege, aber... So, danke. Wenn man von hier irgendwie snacken kann. Muss hier irgendwie die Spots abklären, wo die kommen. A, schade! Oh, ja, schade, schade! Nabo! Snipes! Die gehen aber. Get down, dog. Ich hasse es so im Scope, aber keine andere Wahl. Ich musste treffen, ich musste treffen, wichtig und richtig. Uuuuh, fast der Feed meine Freunde, fast der Feed, ich glaube das ist die Map für Sniping. Da werde ich aber sowas von reingrinden. Headshot, Baby. Was? Prost. Oh, auch nicht schlecht. Uuuuh, quickscope. Uuuuh, quickscope! Uuuuhh, quickscope! Uuuuhh, gott! Uuuuh, quickscope! Uuuuh, quickscope! Uuuuh, quickscope! Uuuuh, quickscope! einen habe ich noch und der sitzt meine freunde get down los die einfach leute abfacken einfach die leute abfacken wie oft will der da noch laufen amartete 15 zu 2 mit sniper zu aufgemessen game over freunde mein bestes spiel mit der sniper bis jetzt 4,75 kd 19 zu 4 und 2 tode habe ich am schluss bekommen die 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 die